Hi und willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Immer bewerten und viel Spaß. Dann kann ich ja nochmal eben die Plastiktorch ausprobieren. Ja, doch. Brauche ich da für Batterien oder so? Ja. Scheiße. Oh, ich dachte, es ist so ein Gegner. Ach, ihr Armen. Hey, aber wie hast du das denn geschafft? Wie konnte der denn in der Stellung sterben? Ja, ich glaube, die sind tot. Hier sind ein paar Zelte. Und hier. Sekunde. Wow. Wow. Das ist einiges. Wieder ein Cover. Noch ein Cover. Tolle Items. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, hier drin, oder? Kann ich da einfach rein? Ist es das überhaupt? Hier? Hallo? Bist du das? Nee. Bist du auch nicht. Scheiße. Oh, ein Feuer. Cool. Kurz mal das Taille braten. Ach, schön. Die ganzen Drecks-Items mitnehmen. Noch ein Magazin. Da war eine Axt. Hä? War das eine normale Axt jetzt? Rusty Axe. Yo. Haben die das einfach geändert? Ist die Scheiße jetzt echt ganz woanders? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ist auf jeden Fall nice. Also erstmal war in dem Video das hier noch begehbar. Man konnte sich hier ausruhen und da drin schlafen. Das ist schon mal geil, dass es nicht mehr geht. Und dazu war die Axt, ich glaube, hier drin. Und da ist einfach gar nichts drin. Also haben sie das scheinbar doch geändert. Muss ich hier etwa wieder rein? Hallo? Das ist doch gar nicht dasselbe Loch. Ach, scheiße. Alter, wo bin ich denn jetzt bitte? Alter. Es führt mich auf jeden Fall woanders hin. Ich frage mich gerade, warum das die Menschen nicht probiert haben, die da oben verhungert sind. Ich gehe mal hoch. Da sieht man schon eine kleine Pfütze. Okay. Ist hier was? Ja, ich komme wieder raus. Ja, aber ich gehe doch jetzt nicht ohne die Axt. Ja, es wurde rausgepatcht. Nice. Also, nicht rausgepatcht in dem Sinne, sondern einfach nur woanders hin positioniert. Und dafür sollte ich mich auf jeden Fall besser ausrüsten. Mit der aktuellen Rüstung gehe ich da definitiv nicht hin. Okay, also erstmal, schaut euch das mal an. Ich packe die mal weg. Kann ich das mit L? Ja, okay. Sie ist weg. Schauen wir mal da hin. Und jetzt ändere ich was. Und zwar mache ich das Ganze hier unten auf super. Und schon sieht man viel, viel mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das mit der Farbe und so gefallen soll. Aber ihr seht ja schon bei Weite mehr als vorher, oder? Müsste zum Angucken auf jeden Fall angenehmer sein. Gut, dann würde ich sagen, rüsten wir uns aus. Und gehen dann einfach mal, ja, dahin, wo die Clemming-Ex ist. Aber zuvor will ich erstmal nach oben, um zu gucken, was da ist. Alter, was klebt denn da oben? Alter. Hä? Wo bin ich denn bitte? Ah, ein Feuer? Warum ist denn hier ein Feuer? Und ein Schokoriegel scheinbar auch. Sag mal, ist jetzt hier nur noch eine Pfütze und das war's, oder? Ah, ich dachte schon. Wow. Wohin führt mich das denn bitte? Leute, ich hab keine Ahnung mehr, wie ich nach Hause komm, Leute. Ich werd hier bestimmt sterben. Und? Da oben ist die... Freiheit? Hä? Büsche? Bin ich draußen? Ich bin... Draußen. Als... Oppi, Oppi. Naja, toll. Also klar, ich kann mich zufriedenschätzen, dass ich das eine Item habe. Aber ich hätte halt auch gerne die Clemming-Ex bekommen. Naja. So können wir auf jeden Fall noch mehr erkunden. Ist doch auch toll. Alter, ist das hell, ey. Richtig krass. Das ist richtig toll. Wo bin ich denn? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh mein Gott. Was für ein Scheiß. Ah, geil. Kann ja direkt wieder hier schlafen gehen. Schön. Danke, Obama. Nehmen wir mal... meinen Speer? Und dann gehen wir eine Runde nach Hause. Wo lebe ich denn? Genau. Machen wir uns nochmal eine kleine Wasserflasche. Equip. So. Und wie fülle ich die jetzt auf? Kann ich da... Ich gehe einfach mal nach Hause. Es hat doch, glaube ich, geregnet. Das heißt, die Teile müssten eigentlich voll sein. Oder soll ich das... Ach komm. Weißt du was? Ich nehme den Topf... Und fülle das Ganze. Ja. Ah, jetzt sieht man es auch. Ah. Ah. Ja, es ist voll. Kann ich das füllen? Ja. Aber wie voll ist das jetzt? Hä? Ah, Clean Water 100%. Cool. Das ist ja geil. Dann mache ich mir nochmal eben Molotow. Oder zwei. Oder drei. Okay. Da wir eh auf die Nacht warten müssen, gehe ich jetzt einfach mal nach da unten und kümmere mich weiter um das Boot. Ah, schaut es euch an, Leute. Es ist schon fast fertig. Nur noch 500 Holzstücke. Hui. Alter, und dann noch durch Steine durch. Wow. 2000 Jahre später. Oh nein, es wird Nacht. Scheiße. Oh. Schnell. Schnell. Schaffe ich das überhaupt? Wie viele fehlen? Noch acht. Ja, da müssen noch acht drauf sein. Oder? Ja, bestimmt. Ich glaube daran. Bitte enttäusch mich nicht, Senpai. Ja, es reicht. Es reicht. Mein Boot ist fertig. Oh, das lange gedauert. Alter. What's the actual fuck? Ja. Wow. Kann ich hier schlafen? Nee, aber ich kann das wahrscheinlich einrichten, oder? Kann ich das auch fahren? Ja, kann ich. Ach, das ist ja dufte. Ah, cool. Okay. Dann packe ich jetzt mal eben hier etwas ein. Falls das geht. Ja, so drehen wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Aber bietet sich ja an. Genau. Nice. Perfekt. Alter, wunderschön. Dann baue ich hier nochmal eben ein Bett rein. Wartet. Lockcabin. Temporary shelter. Geht das denn überhaupt? Nee. Hä, das ist doch kein richtiges Hausboot, wenn ich hier kein Bett reinbauen kann. Ja, geil. Okay. Geht vielleicht irgendwie, aber ich weiß gerade nicht wie. Na, egal. Ich nehme das jetzt mit. Eine Sekunde. Pack das erstmal ein bisschen weg. Zack, zack, zack. So, schön beiseite räumen. Liegen lassen. Kurz mal speichern. Und dann kämpfen wir. Ah, nochmal kurz ausruhen. Sekunde. Ein bisschen hinsetzen. Vielleicht nochmal ganz kurz meine Sachen ausrüsten. Und dann kann es losgehen. Ja. Hier müsste was. Ja. Reingeregnet haben. Perfekt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die das noch als mein Zuhause erkennen. Weil ich war jetzt schon lange weg. Und sehr selten hier. Demnach könnte es sein, dass die auch denken, ich bin weg. Ich weiß ja nicht, wie das genau funktioniert. Leute, glaubt ihr, dass ich hier nicht mehr lebe? Hier ist einfach nichts los. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Leute? Habe ich euch ausgerottet? Kommt her, bitte. Habt ihr das gesehen, oder? Hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt, aber ich möchte auf mich aufmerksam machen. Hier eine Flare. Komm. Komm schon her. Aber das einzige, was ich sehe, sind irgendwelche Kacktiere. Ja. Hier war das Lager von denen. Hier ist einfach keiner. Als ob. Kann mir das mal bitte irgendwer erklären? Ich fühle mich echt ein ganz, ganz kleines bisschen verarscht. Keine Sau kommt. Ich möchte doch nur Leute töten, um eine Rüstung zu bekommen. Ich kann doch nicht so zu denen gehen, in die scheiß Höhle. Oder soll ich? Es ist einfach niemand da. Nirgendwo. Ich höre niemanden. Ich sehe niemanden. Was ist auf dieser Insel geschehen? Ja. Kann ich den Baum fällen? Geht das? Bitte, ich will die Natur zerstören. Oder gibt es hier irgendwas zu holen? Hallo? Steine? Ja. Schon mal sehr wertvoll. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Da ist eine Pflanze drin. Okay. Scheinbar nicht. Kann ich den entfällen? Geht das irgendwie? Nee. So, und hier müsste irgendwo ein Eingang sein. Ich habe nur schon wieder vergessen, wo. Oh, wer ist denn hier? Oh, scheiße. Nein. Alter. Komm, ich klatsche dich einmal weg. Oh nein, 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 nein. Ich habe nicht mehr viel Rüstung. Oh, wie schnell sind die denn? Oh. Die sind echt so heftig, Alter. Das ist... Hä? Hat der eine gerade den anderen kaputtgeschlagen? Wow. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass er euch gegenseitig tötet. Äh, was das? Einer lebt noch. Wo bist du? Da bist du doch. Hey, Gollum. Komm, ins Wasser mit dir. In die Pfütze. Du gehst da. Geht doch. Schön. Ich glaube, es sind alle tot. Ja. Dann machen wir mal ein Feuer. Nice, danke. Basic Fire. Okay. Zack. Alles schön befüllen. Das Ganze anzünden. Ja, das ist doch cool. Da können wir uns schon mal ein bisschen Rüstung machen. Hier, leg dich da mal drauf, du kleiner Fratz, du. Ach, das ist toll. Ach, das ist toll. Der ist wohl hier in der Nähe. Da müssen wir mal gucken, wo der ist. Oh, alle tot. Nice. Wow. Also, das hat bei weitem mehr gebracht, als ich jetzt erwartet hatte. Kann ich das da noch essen? Schön. Okay. Dann gehen wir weiter. Boah, wie wenig ich dafür töten musste. Ich bin ein bisschen schockiert. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Oh Gott. Alter, wie soll ich das denn finden, diesen Scheißort? Hallo, du Fratz. Komm mal hier. So. Okay, es müsste eigentlich... Warte, wo bin ich? Ich bin oben rechts. Das ist da ganz oben links, wo ich schon mal drin war? Oder ist das einfach markiert vom Spiel, dass ich da rein soll oder so? Das gucke ich mir jetzt mal an. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir da rüber kommen. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, Leute. Deswegen beschleunige ich oder schneide. Oh, ein Zelt. Nee, hier ist es. Das ist es. Ich erkenne es wieder. Aber was wird mir dann da angezeigt? Sekunde mal. Ist da auch ein Eingang? Da ist auf jeden Fall ein Zelt. Hä, was ist denn hier? Kann ich hier irgendwas machen, außer noch schlafen? Ich speichere erst mal. So, was ist denn da? Da ist auf jeden Fall ein Dorf. Und hier war ich auch schon. Hier war ich auf jeden Fall schon. Ich war vielleicht auch schon in der Höhle. Keine Ahnung. Hier. Nee, Moment. Hier oben. So, genau hier. Was soll denn hier sein? Warum wird mir das so markiert? Das macht dir absolut keinen Sinn. Da schaut es euch an. Genau hier ist was markiert. Kann mir das mal bitte einer erklären? Aber ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall den Ort gefunden, den ich finden wollte. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und das bedeutet, wir gehen da mal rein. Und? Passt auf, Leute. Was ich jetzt noch kann? Oh. Ja. Damit meinte ich natürlich nicht sterben. Oh, ich bin sogar... Oh. Okay. Bis gleich. So, natürlich wollte ich euch nicht meinen Tod zeigen, sondern... Das hier. Passt auf. Ja, Alter. Ein Spaß für die ganze Familie. Ich kann davon mit Shift runtersliden. Cool, oder? Ja, ich mag das auch. Hallo? Boah, ist das dunkel. Alter. Ja, Feuer... Was war das denn? Feuerzeug geht erstmal nicht an. Nice. Und ich glaube... Ja, natürlich. Ich kann mir noch eine Rüstung craften. Geil. Oh, schön. Wie ich das echt noch voll bekommen habe. Oder zumindest fast voll. Noch mehr Knochen. Ja, das war's. Gehen wir hier mal runter. Okay. Wieder runtershiften. Ach, richtig schön am Sliden. Ach, und seht das, Leute. Da hinten ist mein Zelt, was ich damals nicht ganz aufgebaut bekommen habe. Hier gehe ich auch runter. Immer weiter runter. Immer tiefer. Okay. Oh, das ist ein Feuer. Und dann brauchen wir natürlich mein Atmungsgerät, um hier erstmal ein bisschen reinzutauchen. Da geht's auch schon wieder nach oben. Okay, das müsste es eigentlich gewesen sein. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Stöcke. Ja, und dann Alkohol oder ein Molotow. Alkohol? Alkohol? Das ist der... Ja! Feuerpfeile. Glaube ich. Ja, klar. Das ist ja cool. Was ist denn da unten? Oh, da sind kleine Mullucks. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Moment. Jetzt, Alter, macht doch das Licht wieder an. Warum existieren die überhaupt? Die sind einfach überhaupt gar keine Bedrohung. Das sind einfach nur nervige Scheißviecher. Ah, so Leute, und zieht euch das mal rein, wo ich jetzt hier rauskomme. Das war's mit The Forest, bewertet den Part und wir sehen uns um 18.30 Uhr wieder. Tschüss.